Lasst uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Wir haben dir etwas zu zeigen. Okay, perfekt. Los geht's Glitzi. Gute Arbeit Itzi Glitzis, genau rechtzeitig. Wir haben Castings gemacht und sind jetzt bei den letzten Brei. Lasst uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Hallo, ich bin Diri Queen, das Rehntierkorn vom Nordpol. Und meine charakteristische Tanzbewegung wurde mir von meinem Vater, Franz, herbeigebracht. Es ist der Rehntiertanz. Hallo, ich bin Cecilia, das Robbenkorn aus Malibu, Kalifornien. Und wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich auskenne, dann ist es Kuscheln. Ah, wie süß. Es gibt zwei Dinge, mit denen ich mich auskenne. Kuscheln und Schaffeln. Meine charakteristische Tanzbewegung ist der Robben-Schaffel. Und ich bin Goldi, das Schneckenkorn. Aus Schneckenburg, Michigan. Und ich bewege mich vielleicht langsam, aber ich kann definitiv gleiten. Meine charakteristische Tanzbewegung ist das Schneckengleiten. Also, wer wird es, Missy? Oh, ich muss eine Entscheidung treffen? Ja, es liegt ganz bei dir. Wähle den Tänzer für die Bühnenshow aus und schicke die anderen beiden nach Hause. Ähm, ich... Nur einen Moment. Was soll ich nur tun? Vielleicht schaue ich in diesen Wunschbrunnen. Das ist doch, was Menschen tun, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, oder? Ja, eine schwierige Entscheidung. Heiliger Bimbam, du kannst sprechen? Oh, Wunschbrunnen geben immer großartige Ratschläge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nur einen Tänzer auswählen, aber sie sind alle gut. Vielleicht siehst du nicht alle Möglichkeiten. Du hast recht. Ich habe andere Möglichkeiten. Danke, Wunschbrunnen. Nettes Kind. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin zurück, ich bin zurück. Das ist großartig. Denn wir haben dir etwas zu zeigen. Wir können alle unsere Tanzbewegungen machen. Zusammen. Hüpfen, Schaffeln, Gleiten. Hüpfen, Schaffeln, Gleiten. Hin und her, her und hin. Hüpfen, Schaffeln, Gleiten. Wow, ja. Ihr seid alle in der Show. Yay. Es ist Zeit, die Tore zum Sparkelfest zu öffnen. Sind alle bereit? Ja. Wir haben alles. Dann hat das Sparkelfest begonnen.